6.657 Zuschauer verbreiten in der Arena Nürnberger Versicherung. Beim Spitzenspiel zerstellt Eistiger Shane Peacock gleich für sechs bis acht Wochen aus. Der Verteidiger soll aber für die Playoffs wieder fit sein. Richtig fit ist bereits Sean Brown. Im Nachsetzen sorgt der 1,91 Meter Hühner für den Ausgleich. Seine 98 Kilo hat er geschickt vor dem Tor in Position gebracht und vollstreckt. Die Franken strotzen nach sechs Siegen in Serie nur so vor Selbstvertrauen. Und das merkt man an der Selbstverständlichkeit, mit der sie ihre Angriffe vortragen. Aaron Spylo mit dem nächsten Treffer. Es ist bereits Saisontor 34 für den 24-Jährigen. Ian Gordon war zwar noch dran, doch wenn man einen Lauf hat, dann gehen auch solche Dinger wie selbstverständlich rein. Wenn die Siegesserie der Nürnberger in der Liga beeindruckend ist, dann ist sie vor heimischer Kulisse geradezu imposant. Neunmal verließ das Team von Benoit Laporte zuletzt als Sieger das Eis. Und das 4 zu 1 durch Greg Lieb deutet auf Sieg Nummer 10 hin. Diesmal glänzt Spylo als Vorlagengeber. Nachdem der Liga beeindruckt. Die Liga beeindruckt. Die Liga beeindruckt. Nachdem der Liga beeindruckt. Die Liga beeindruckt.